Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir als Unternehmen wie Bebesia nachhaltig unterwegs sind, umweltschonend, ressourcenschonend. Berufe ausbilden im technischen Bereich, die sehr viel Zukunft haben, sowohl im Metall- wie im Elektro-Bereich. Kommst dir anschauen, probiere es und du wirst merken im Bereich Metall, Elektro, Elektronik, dass du sehr viel Spaß daran finden wirst. Wir haben am 2. Dezember einen Tag der offenen Tür. Ich empfehle dir Schnuppertage zu machen, hier bei uns. Zwei Tage möglich, einen Tag Metall, einen Tag im Elektro-Bereich mit unserer Unterstützung und wir sind hier, um dir Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.